Ihr möchtet gerne asiatisch kochen, aber ihr habt keine Lust, die ganzen exotischen Zutaten zu besorgen. Dann seid ihr hier genau richtig. Hier im YouTube-Kanal findet ihr echt chinesische Rezepte. Viel mehr als nur süß-sauer. Oder noch komfortabler auf ningkocht.de mit Kurzanleitungen der Rezepte und Ankaufslisten. Kocht mit, macht mit und schaut rein bei ningkocht zu sauer nicht.